Du kannst sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, 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 wer ist dein Dealer? Nie im Leben. Tschüss. Kannst du schalten? Wir können eins Fifty Fifty hinstellen, da schläge ich da rein. Do한테 Mal sino bei Weiss 실제로 einschります, da schläge ich das bohre. Die Nachchenfeile hören, da ich schnau an. Ihr kriegt auch noch was. Nein, die Nachlichen bluesigereco shift. Alter, hab ich gemacht! Hunter, nicht gemacht! Es funktioniert also! Der Mundi nachziehen! No way! Nein, 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 nein! Oh! Hahaha! Hahaha! Was? Sorry. Aaaaaaah! Das ist voll krass aus. Okay, das ist ein Ticket hier. Uuuuuhh! Uuuuuhh! Nein! Nein! Zu weit nach vorne? Ich und Rod Neumann machen wir so, dass wir so ganz drauf sind, dass du besser hängen kannst. Und der Danny, der ist so knapp drauf. Also wenn du drückst und dann losst, kannst du wieder so rutschen. Dann hält das hier nicht, du musst es ja leider so machen. Ja guck mal, kippt ja schon was runter, ja. Oh, oh! 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 Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 das heißt also für euch alle da draußen die irgendwie ein eigenes brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen laden oder wie auch immer ihr wollt auf jeden fall boards bedrucken oder sonst was was ihr bedrucken wollt im skateboarding ist wir sind am start meldet euch bei uns wir bei den boards fängt das circa bei 50 boards an da bedruckt mir jetzt boards also 1 2 3 4 5 boards also so kleine mengen bedruckt mir das gar nicht es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf anfrage je mehr man bestellt desto günstiger ist natürlich der preis welche farbe man will und so weiter und so weiter also wie gesagt da müsst ihr einfach ein angebot anfragen wird natürlich eine e-mail-adresse und drunter einfach knallen da könnt ihr gerne alle anfragen stellen was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre und dann checken wir ab weil wie das ganze dann aussehen soll zum beispiel auch hier mit sowas wie mit ne sticker hier in der folie dahinter und so ein quatsch das können wir natürlich schon alles in beim angebot alles abchecken zusammen wie ihr das gerne hättet ich sag mir wer ist ein dealer so smakelig manche sind dealer hast du es noch nicht gehört in der city ist weiße sind topisch muss hustlen you will be here nosegrind drehflip 50 50 digger rede nicht sag mir wer ist ein dealer ey sag mir wer ist ein dealer ich häng mit og dem pop